ja jedes mal wenn wir hier lang latschen wird uns was neues zu sagen haben und immer mit diesen großen Kulleraugen oh did you hear I got nothing else to talk about Papyrus sagt mir mal was über das riesending onion ham 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 okay er sagt er sagt mir nichts über onion son tschüss onion son shiren hides in the car corner corner but somehow encounters you anyway check shiren attack 19 defense 10 ton deaf she's too ashamed to sing her deadly song hum hum okay das ist jetzt noch harmlos shiren thinks about doing karaoke at herself shiren hum your humble set song shiren follows your melody see well see well see well see well see me see me see me okay shiren seems much more comfortable singing along hum you hum more monsters are drawn to the music suddenly it's a concert see fa see fa so fa so mi re re okay sons is selling tickets made of toilet paper yes sons was bastida you hum some more the seeds the crowd tossed clothing it's a storm of socks okay you hum some more but the constant attention the tours the groupies it's all aggressive tooting shiren thinks about her future you run you earn 30 gold okay das war shiren the northern room hides a great treasure a haunting song echoes down the corridor won't you play along only the first eight are fine there's a piano here play it yes yes mal sehen ob ich das noch so stehgreif hinkriege nachher wenn wir die melodie dazu haben das power has no encounter so jetzt geht's wieder mit der geschichte des monster kriegs weiter in the human cannot take a monsters soul when a monster dies it so disappears and an incredible power would be needed to take the soul of a living monster there's only one exception the soul of a special species of bonds of monster called the boss monster the boss monster soul is strong enough to persist after death if only for a few moments a human could absorb this soul but this has never happened and now it never will ja weil die menschen keinen krieg mehr hier führen oh was bist du ja es regnet auf die statue mehr oder weniger please take one einen umbrella aus der Mülltonne take an umbrella take one you took an umbrella so mal gucken put the umbrella on the statue yes you place the umbrella atop the statue inside the statue a music box begins to play äh ja so kann man es auch machen also neutral oben links neutral unten unten links ne das war falsch schauen wir uns das ganze doch noch mal an und ich schaff das ohne es mir aufzuschreiben das ist mir nicht so aufgefallen dass da oben angezeigt wird wie die melodie geht also neutral oben rechts neutral unten unten rechts neutral oben rechts neutral unten unten rechts es ist ein legendärer artefakt will you take it you're carrying too many dogs äh ich hab hunde annoying dog info annoying dog 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 a little white dog it's fast sleep ja jetzt ist der hund weg jetzt müsste der hund wieder da sein sel versuchen wir jetzt material anzurufen dialing der ring is coming from inside your inventory ja das ist der weiße hund der torriels handy geklautert you deploy the dog the dog absorbs the artefakt ey komm zurück der artefakt is gone der artefakt is gone und ja wir haben jetzt dog residue dog residue dog item chicsaw puzzle left unfinished by a dog ja sehr toll gut das heißt wir können hier einfach weiter gehen und uns ein umbrella nehmen wir tun keine umbrella damit wir hier leichter durch den regen durchkommen oh heilu monster kid yo you got an umbrella awesome let's go also ja hätten wir jetzt kein umbrella genommen hätte uns wahrscheinlich zurückgeschickt einen holen mal hier durch den regen zu laufen ist ja doch man andere ist so cool she beats up bad guys and never loses if i was a human i would wet the bed every night knowing she was gonna beat me up haha ja sollen wir jetzt angst haben weil wir sind ja ein mensch äh nein haben wir jetzt erst einmal nicht oh flower so one time we had a school project where we had to take care of a flower the king we had to call him mr. dreamer volunteered to donate his own flowers he ended up coming to school and teaching the class about responsibility and stuff that got me thinking yo how cool would you be if me if andai came to school she could beat up all the teachers ja toll maybe she would beat up the teachers she is too cool to ever heard an innocent person das ist doch immer toll und ja dieser anblick ist auch sehr nice das müsste das capital nämlich sein monster kid läuft voraus um es sich anzuschauen gut da wollen wir wohl hin yo this ledge is way to sleep yo you wanna see undine right put your umbrella and climb on my shoulders return the umbrella yep you'll turn the umbrella so und jetzt hoch mit uns yo you gotta go ahead don't worry about me i always find a way to get to und weg ist er the humans afraid of our power declared war on us they attacked suddenly and without mercy the serious sound of a distant music box it fills you with determination here in the end it could hardly be called a war united humans were too powerful and those monsters too weak not a single soul was taken and countless monsters were turned to dust ja das ist immer die sache die geschichte schreiben die gewinner so jetzt geht es hier weiter was zur äh wow oh andein mal wieder bloß nicht in den blauen Blobs stehen ja das ist jetzt hier ein bisschen einfacher sag ich und stolper gleich rein ja hier ist Sackgasse hier ist auch dicht so hier ist auch Sackgasse so hier warten wir mal lieber hier auch ja hier unten scheint es weiter zu gehen aber nein verfolgt uns ja jetzt auch wieder da bin ich doch rein getreten wo ist der ausgegangen ja da geht es weiter juhu und dann greift uns immer noch an äh äh schlecht nicht gut okay hallo großer böser ritter ein bisschen das ist das ist der die 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 und wieder haben uns goldene blumen gerettet vor einem absturz garbage pints of garbage there are quite a few brands you recognize okay abfall kommt hier runter da ist ein pile of yellow names in the trash pile garbage ja a trash heap your persistent garbage habit shows no sense of payoff ja hier sind die ganzen gamen namen gelandet die sind hier jetzt rosa geworden dank dem easter egg pints of garbage there are quite a few brands you recognize there is a pile of yellow names in the trash pile ja the waterfall here seems to flow from the ceiling to the cavern concessionally a piece of trash will flow through and fall into the bottomless abyss below during this endless cycle of worthless garbage it fits you with determination ja gut speichern wir mal und gehen noch mal weiter pints of garbage there quite a few brands you recognize you rest your hand on the rusted bike its horn wieses a honk of despair ja also die tute macht despair there is a pile of yellow names yeah a beat-up desktop computer the inside is empty we are with in here solches zurück weg it's a dvd case for an anime desperate claw marks cover the edges okay it's a cooler it has no brand and shows no signs of wear inside a couple of freeze-dried space food bars take one sure you get got the astronaut food yeah seems like a regular trading dummy do you want to beat it up no you stare into each other eyes for a moment okay their dummy is possessed haha too intimidated to fight me huh i'm a ghost that lives inside a dummy my cousin used to live inside a dummy too until you came along when you talked to them they thought they were in for a nice chat but the things you said horrible shocking unbelievable it spooked you right out of the dummy human i scare your soul out of your body mad dummy blocks the way yeah with a mad dummy team mad dummy attack 30 defense yes because their ghost physical attacks will fail as defense yes feeble 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 whoa wow you dummies watch where you're aiming your magic attacks hey you forget i said anything about magic mad dummy is looking nervous remember dear you talk to the dummy it doesn't seem much for conversation no one is happy with this i defeat you and take your soul yeah okay er springte hin hier her mad dummy glass into a mirror that turns to you with the same expression okay a spare i use your soul to cross the barrier ehm da trifft den dummy genau mad dummy is doing an armless scar dance mercy i stand in the window of a fancy store ja das sind ja schöne hoffnungen die er da hat so mad dummy glares into a mirror ja that turns to the same expression then everything i want will be mine ja er jetzt hopster wieder schräg um au essen wir mal was vom bicycle you eat one half of the bicycle you recovered 11 hp huh yeah i guess that's that i will avenge my cousin whoa was steht da mad dummy is getting cotton all over the dialogue box ja jetzt schmiert er die dialog box mit äh baumwolle zu what was their name again voll verfehlt whatever 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 da she stopped the dummy mad dummies getting cotton all over the dialogue box pitiful 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 da hey guys dummies 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 remember how i said not to shoot at me well failers you are all fired you are all being replaced how you see my true power rely on people that aren't garbage mechanical will wheels fill the room spare dummy bots magic missile oh haha okay er feuert magic missiles auf mich bad dummy is doing an arm is scar dead spare dummy bots try again wow ah einer hat getroffen mad dummy is posting around its bullets dummy bots you are awful wow das hat mich jetzt getroffen aber das hat ihn jetzt getroffen mad dummy is posting around here dummy bots final attack uh that so no way these guys are even worse than the other guys who cares who cares who cares i don't need friends i've got knives yeah i'm out of knives but it doesn't matter you can't hurt me and i can't hurt you you'll be stuck fighting me forever 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 oh god we are just updreht ah 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 what what the heck is that ah acid rain oh forget it i'm out of here yeah hey sorry i interrupted you didn't i as soon as i came over your friend immediately left oh no you guys looked like you were having fun oh no i just wanted to say hi yeah hi that's the blue oh no well i'm going to head home now oh um feel free to come with come with if you want but no pressure i understand if you're busy it's fine no worries just thought i'd offer yeah hey my house is up here in case you want to see or in case you don't good you feel a calming tranquility you are fit with determination so damit beende ich die aufnahmesession für heute mal wieder da wir wieder an unserem penselbank gekommen sind also bis zum nächsten mal